Hey, Roman Bürki ist ein bekannter Fußballspieler, der momentan der Große der Dortmund spielt. Roman Bürki begann seine Karriere 2007 in der zweiten Mannschaft des BSC Young Boys. Im Juli 2009 wechselte er auf Leihbasis für jeweils ein halbes Jahr zum FC Thun und darauf zum FC Schaffhausen. Im Sommer 2010 kehrte er wieder nach Bern zu den Young Boys zurück.